Ja, heute geht's los mit dem kleinen Spiel, Jugendliche oder Menschen fragen und der Diakon schwer antwortet. Mich hat eine Frage erreicht, was ist der Unterschied zwischen Pastoren und Diakonen? Und das ist der Teil 1 heute und ich arbeite letztendlich für die Landeskirche Hannover und da ist ein Diakon ein Zwischending zwischen Pastor und Sozialarbeiter. Das heißt, ich habe weniger Theologie studiert als ein Pastor, aber dafür mehr Psychologie und Soziologie. Ich habe Religionspädagogik studiert in Hannover und arbeite nun hier seit einigen Jahren in der Kirchengemeinde Lüne mit einer halben Stelle, vor allen Dingen für den Bereich Kinder, Jugend, Besuchsdienst und naja, es kommen immer noch so Sachen dazu. Das heißt, ich mache Konfirmandenarbeit, ich arbeite mit Gruppen, Kinderprojekte, Jugendfreizeiten, Jugendprojekte, da gibt es vielleicht nochmal einen Extrateil für. Ja, es ist eine tolle Sache, Diakon sein macht schon Spaß, wenn man Bock auf Menschen hat, wenn man, wie soll ich sagen, ungewöhnliche Arbeitszeiten nicht schreckt und wenn man durchaus auch mit seinem Glauben in der Öffentlichkeit stehen mag. Es ist ein cooler Beruf, total vielseitig, man kann eigentlich alles machen, man muss manchmal Menschen überzeugen, aber ist nicht schlimm. Insgesamt cooler Job und ich habe auch Anteil am Amt der Verkündigung. Das heißt, ich mache in meinen Arbeitsbereichen auch Gottesdienste, also Konfirmanden-Gottesdienste, Jugendandachten, Jugendgottesdienste, ob groß, ob klein, in allen Formen und Ecken und ich habe auch Schweigepflicht und auch Zeugnisverweigerungsrecht, das heißt, wer zu mir kommt, da wird nichts gesagt, da darf ich nichts verraten, das bleibt nur zwischen mir und den anderen, also auch Seelsorge, Jugendseelsorge, ob persönlich oder auch über Web, das geht, wenn es nicht öffentlich ist. Also ein cooler Job und wer im Ersten will, muss fragen und vielleicht habt ihr noch mehr Fragen, also schreibt mir, ruft mich an und mal sehen, was für Videos die nächsten Tage und Wochen noch so entstehen. Bis dann, Tschüss!